Herzlich Willkommen bei S21BAU.TV. Einige haben es schon gesehen. BALF Süd. Die Seitenbahn wird betoniert. Anschlussarmierung schaut raus. Das soll ja auch noch ein bisschen weiter gehen. Und zwar ist das hier drüben der Bereich über der S-Bahn, über dem S-Bahn-Tunnel, mit den Spannbetonbrücken. Da wird es dann noch spannend, wie es umgesetzt wird mit der Seitenbahn. Schauen wir mal auf die andere Seite, wenn ich überhaupt einen Blick habe, ob da auch was passiert, weil ich gerade einige Warnwesten sehe. Da ist ein Hubsteiger. Da wird zumindest irgendwas vorbereitet. Und unten im Bild geht es weiter mit der Spannbetonbrücke Gleis 67. Ja, und direkt hier wird an der Schutzschicht der Deckenplatte gearbeitet. Da kommt noch einiges weg für den Notausgang Nordbahnsteig 2. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Bis zum nächsten Mal.